Das ist ja nur ein 2.000. Wie viele Gehirnzeiten gehen kaputt? 1.000 Gehirnzeiten, ich besitze keine mehr. 1.000 könnten kaputt gehen. Aber wir würden nicht mehr. Höchstens noch 2.000. Der Spin ist auch da. Wir machen Video, aber das merkt man doch. Ja. 3.000. Otto will nicht. Otto, komm mal aufs Video. Ihr könnt sie dann verklagen. 3.000.